Reden wir übers Wohnen. Ich bin die Gabi Kronbichler. Und ich bin der Stefan Kronbichler. Wir bauen jetzt gerade momentan in Niederndorf unser Haus und erfüllen uns mit dem einen Traum. Jetzt teilnehmen und gewinnen. Wir verlosen Gutscheine von Tirola Meisterbetrieben im Wert von 10.000 Euro. Wir wollten das immer schon machen. Wir sind in einem Haus groß geworden und einfach aus Platzgründen, dass wir uns ein bisschen frei bewegen können und uns einfach frei entfalten können und einfach in unserem Haus darstellen können, was wir wollen, ohne dass wir jetzt auf Nachbarn links, rechts, oben, unten Rücksicht nehmen müssen. Es ist schon herausfordernd. Nehmen wir einen Job, um sich da um viele Sachen kümmern. Und ich habe die Wohnung damals mit unserem Berater, mit dem Mario, abgewickelt. Und ich muss sagen, es ist reibungslos gelaufen und beim Haus eigentlich genau das Gleiche. Also das bin ich echt tief davon überzeugt, kann ich nur empfehlen. Ja, ich freue mich jedes Mal. Ich muss wirklich sagen, ich freue mich auch jedes Mal, wenn wieder ein kleiner Fortschritt ist, wenn ein bisschen was weitergegangen ist und es ist einfach, ja, es wird unser Daheim. Wo wir mit unseren zwei Kindern dann, ja, hoffentlich noch lange leben und eine schöne Zeit verbringen. Glaub an dich, the future is yours. Teilen Sie Ihre Wünsche auf sparkase.at slash Tirol mit uns. Wir verlosen Gutscheine von Tirola Meisterbetrieben im Wert von 10.000 Euro.